So, weather is not perfect, but yes, we have no water for the hot water bottle and ready to work on the desk. Maybe I go hiking later when it stops raining. Es ist immer noch am winden und man sieht das im Camper nicht so gut, aber die Lampions, die sind einfach richtig hart am wackeln. Also es ist alles am wackeln, weil der Camper so sehr wackelt. Also manchmal sieht man auch, wenn die sich so richtig bewegen, diese Vorhänge, weil der Wind da durchgeht. Aber ja, es ist hardcore hier alles am wackeln. Also läuft beim Wind, läuft beim Wind. Und auch ein paar Stunden später hat sich nichts verändert, bis auf dass die Pfützen hier größer werden. Und ich Nachbarn bekommen habe, so ein LKW an Wohnmobil. So ein richtiger LKW als Wohnmobil, literally. Ich habe jetzt einfach 18 Minuten straight aufgesprochen. Meine Hilfe, meine Körper kann sowas nicht so lange labern. Und zwischendurch ist es hier so am stürmen. Es wackelt wieder alles. Boah, gruselig. Echt gruselig. Der nächste Tee kocht und ich bin fleißig. Ich habe hier so eine Liste erstellt. Voll cool. Fürs ganze Jahr. Immer von wo bis wo ich fahre. Mit welchen Zwischenstops. Welche Podcast-Folge ich aufgenommen habe. Welche dann halt auch online gegangen ist. Und dann nochmal Märzi. Und hier was ich noch machen muss. Hier H für hochgeladen. Und die ganzen Videos hier fehlen noch. Zum Beispiel V ist fertig, aber nicht. Also V heißt Video, aber es ist halt noch nicht hochgeladen. H ist es, wenn es fertig ist. B ist Bearbeitung und so weiter. Ja, und so bin ich jetzt fleißig dabei hier. Biss in Ordnung reinzubringen. Was anderes bleibt bei diesem Wetter ja immer noch nicht übrig. Wird bald dunkel, aber es ist immer noch grau. Jo, seht ihr den Dampf? Das ist mein neuer Tee. Boah, den brauche ich auch. Um wieder warm zu werden. Das ist unglaublich. Ja, und liebe Jana. Ich hatte heute Morgen vergessen, dir ein Foto zu machen von meinem Fladen. Dann sieht man das nicht so. Und so sieht ein Fladen von mir aus. Ich habe nämlich nochmal neue gemacht. Und die futter ich gerade mit Körnern und Krams einfach aus der Pfanne. Lecker, lecker. Ja, manchmal dauert das ganz schön lange zu warten, bis so ein Video fertig ist. Da hilft es nur Hände an den Tee. Und auf die Aufnahme warten. Es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Bald kann ich wieder schlafen gehen. Aber dann war ich fleißig.